Es ist wirklich eine Ausstiegsfeier, dass heute wirklich die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Das Schlimmste ist ja, dass niemand weiß, wohin mit dem Atommüll. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Platz, wo der Atommüll gelagert wird. Im letzten Jahr gibt es die ganze Bayern, die größte Wissenschaftler Deutschlands, die ganze Bayern... Am 31.12. wäre Schluss gewesen.